Ja, schönen guten Abend, herzlich willkommen zu Brisant am Samstagabend. Große Schlagzeile zu Beginn. Bettina Wulff kämpft laut Süddeutsche Zeitung mit einem üblen Gerücht, das über sie verbreitet wird. Etwas, das keiner gerne über sich lesen würde, vor allem, weil es nicht stimmt. Es habe eigentlich ihren Mann treffen sollen, als der Bundespräsident war und eh schon unter Druck stand. Das ist er ja nun nicht mehr, aber das Gerücht ist immer noch da. Dort, wo es kaum einer stoppen kann, im Internet nämlich. Wer Bettina Wulff im Netz sucht, der bekommt sofort die Angebote Prostituierte, Rotlicht, Escort. Deshalb geht Bettina Wulff nun gegen diejenigen vor, die ihrer Meinung nach das Gerücht verbreitet hätten. Google und Günter Jauch, der hat inzwischen schon reagiert. Ja, das Internet hat eine Macht. Wir sind sehr gespannt auf das Buch, das da jetzt noch kommen soll. Die Kurpfalzbrücke über dem Neckar in Mannheim ist nicht bekannter als andere Brücken dafür, dass Menschen dort runterspringen. Und wir wissen auch nicht, ob es hier Spaß war, vielleicht auch Leichtsinn, der zwei junge Männer dazu gebracht hat, um sechs Uhr in diesen kühlen Neckar zu tauchen. Aber sie haben es getan. Das sind die Bilder vom Rettungseinsatz danach. Einer der Männer hat es nämlich nicht überlebt. Ja, so nah zusammenzuarbeiten, das wird auch nötig sein bei den vielen offenen Fragen. Das wird uns sicherlich noch in der nächsten Woche weiter beschäftigen. Mit prominenten Umweltschützern und einem Autofahrer, der die Berliner Nacht unsicher gemacht hat, machen wir jetzt weiter. Und jetzt gratulieren wir einem Mann, der bei Frauen schon Ohnmacht und Schnappatmung ausgelöst hat, als Justin Bieber noch nicht mal geboren war und für den Männer Einrichtungen zerlegt haben. Brisant prominent trifft Ted Herold. Ja, Amerika hatte das Original und wir hatten unseren deutschen Elvis. Das ist toll. Hallo, der kann richtig gut shaken. Das muss ihm erst mal einer nachmachen. So, damit verabschieden wir uns. Ja, ganz schwungvoll ins Wochenende. Es war eine sehr ereignisreiche, spannende Woche und wir halten für Sie die Stellung und behalten alles im Blick. Montag geht es weiter, 17.15 Uhr wieder Brisant und jetzt die Tagesschau und danach Sport live von den Paralympics. Nochmal Daumen drücken heute. Schönen Abend. Tschüss.